Hallo Leute und Willkommen zurück zu einem Let's Play Forza Horizon 4. Eigentlich sagte ich ja, wir wollen heute wieder online sein und das war auch ernsthaft so gemeint und ich hatte auch die Aufnahme geplant und so weiter und so fort. Und eigentlich lief alles, wir waren alle auf dem Server, ja wir waren alle dabei. Dann gab es aber ein Problem und zwar, irgendwie haben sich die Server dazu entschieden von Forza nicht mehr zu funktionieren. Das heißt, diese funktionieren seit zwei Tagen nicht und somit kann ich euch leider keine Videos liefern im Multiplayer. Ich nehme mal an, bis zur nächsten Folge in zwei Tagen sollte dann hoffentlich alles gehen, aber soweit kann ich euch leider keine Online-Folgen geben. Was wir aber machen, ist, wir machen hier diese Seasonal Challenge, damit wir uns den Maserati Levante freischalten. Den müssen wir hier mit diesem Bowler machen und mein Gott, das Ding geht ganz schön ab. Und ja, es ist natürlich wieder Winter hier, wie ihr seht, bei Horizon 4. Ich mag den Winter nicht meine am liebsten, äh, meine wenig liebste Jahreszeit auch nicht. Au, das war ein sehr interessanter Sprung. Natürlich alles so geplant. Oder wollen wir die machen? Ich weiß nicht, wie viele Rennen es denn, ob wir das heute alles schaffen. Okay, Solo. Erster gegen Expert-Driver-Tar ist Maserati Levante, ja. Ah, ich weiß noch, ich hatte das einmal gemacht, als man das mit dem, nicht Peachen, ich wollte gerade Peachen sagen. Eins, zwei, drei. Ja, klar, die drei Rennen schaffen wir, oder? Ähm, ich hatte das gemacht, als man das mit dem Reliant machen sollte. Das Problem war, dass es zweimal den gleichen Driver-Tar in einem Rennen gab, weil es hat immer doppelte Punkte bekommen. Und obwohl ich jedes Rennen gewonnen habe, hat er am Ende die Meisterschaft gewonnen, weil, das Spiel meinte, nö, fick dich, Erik. Sorry für die Wortwahl. Wir müssen die nur auf Expert haben. Ähm, wir machen sie mal auf Pro runter, oder? Damit wir noch ein bisschen Challenge haben. Aber es ist ja eigentlich nicht schwer, das zu kriegen. Weil, wie gesagt, wenn die KI wieder meint. So, was haben wir denn schon mal? Wehe ich sie wieder irgendeinen Driver-Tar doppelt, dann haben wir es wieder, haben wieder keine Chance. Okay, die gehen alle viel besser ab und zu hier. Das finde ich schon mal unfair. Wir haben die gleichen Fahrzeuge, Leute, was soll denn das? Ach, dieses Rennen ist es. Ja, das kenne ich ja noch. Das war ganz lustig. Hier geht es jetzt... Ah, ja, genau. Hier geht es jetzt in diesen riesen Climb. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Sehe ich da schon wieder, dass es eine doppelte S-Wir? Naja, wir werden es am Ende sehen. So, hier durch. Gut, den Checkpoint nicht verpasst. Und gleich sind wir doch schon wieder erster. Einfach damit wir den Maserati-Levante haben, weil der relativ selten ist wohl. Ich weiß nicht, ob ich den nur dadurch kriegen kann. Nur, wo das nur eben gesagt. Also, probieren wir den jetzt mal zu kriegen. Denn ich will so viele Fahrzeuge haben in diesem Spiel wie möglich. Und... Ah, genau, hier kommt jetzt der Sprung. Der geile. So, hier durch. Oh. Okay, wir haben den Checkpoint noch bekommen. Wunderbar. Und die springen uns alle hinterher. Ähm, du kannst doch gerne hinter uns bleiben. Wir überbeuteln. Keine Hobbits von mir erlaubt. Er fährt links lang. Ja, der Sprung war eine dumme Idee. Oh, gegenlenken. Danke. Komm schon. So. Hier rum natürlich die Kurve versuchen, möglichst eng zu nehmen. Jetzt hier mit viel Schwung raus. Wir nehmen immer mehr Schwung als die KI hier raus. Ich weiß nicht, wie die fahren. Aber irgendwie falsch auf jeden Fall. Auch wieder hier durch. Jetzt können wir schon mal ein bisschen kürzen, damit wir in diese Kurve reinkommen. Schön knapp vorbeifahren. Fahnen wir eine ganz andere Linie. Interessanterweise gerade. War gar nicht so geplant, aber es geht auch. Das wieder berühren. Und gleich geht's zur letzten Runde. Durch den Chefband durchspringen. Puh. Ja, okay. Das Rennen haben wir in der Tasche. Die Frage ist nur, ob er zu spielen wieder bescheiden will. 200.000 hat der Wagen gekostet. Also richtige Wuche eigentlich. Ich muss mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Muss mal Wheelspins machen. Weil ich die ganze Zeit nur Geld ausgebe für die Vorsorgefolgen. Und nicht Geld mache. Keine Credits mehr verdiene. So, machen wir einen schicken Slide. Aber das war eine miserable Idee. Weil mir eine Traktionskontrolle reinschießt und mich nicht durchdriften lässt. Das mache ich nicht. Normalerweise, wenn man die Handbräms drückt, zieht die Traktionskontrolle nicht rein. Hier tut sich das auch nicht jetzt gerade. Okay, ja. Aber erst nachdem ich mich schon rausgezogen habe wieder. Das war interessant. Hier weiterhin durch. Und. Oh, fast ein Chipmann verpasst. Ja, erst mal den ganzen Zaun benehmen. Ihr kennt uns. Keine Folge ohne einen Zaun mitzunehmen. Den Baum kann man auch noch mitnehmen eigentlich. Warum nicht? Die Bäume sind sowieso überbewertet. Die haben wir noch erfischt. Gerade so. Und den Spummann aus der First Person. Oh, nein. Perfekt. Damit haben wir das erste Rennen auch schon ganz locker geschafft. Können wir sogar sliden. Einfach um unsere Dominanz nochmal zu zeigen. Und wir haben riesen Faken da drauf. So, es gibt auch keinen zweimal, hoffe ich. Ja, wunderbar. Das sieht aus, als würden wir das theoretisch sogar schaffen können. So, 20 Punkte. Ja, bla, bla, bla. Das bringt uns eigentlich alles ziemlich wenig. Ich will nur wissen, ob wir einen Uprank kriegen. Ja, kriegen wir tatsächlich. Beide Sachen. Cross-Country, Runde 9 und Level 97. Show of T. So. Okay. Und mal sehen, was kriegen wir raus. Kriegen wir auch Geld. Oh, mein 1,5 Minuten. Ach, bin ich letztens so bis zum Beispiel. Genau. Und wir kriegen raus. Das sieht sogar gar nicht mal so scheiße aus. Da beschwere ich mich jetzt mal nicht. Wobei, ich werde es nie anziehen. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. Leider können wir nicht die Lackierung wirklich selber... Also, wir können natürlich selber die Streifen machen. Aber es wäre schön, wenn wir jetzt einfach eine andere Farbgruppe haben. Jetzt haben wir das Ambleside Loop Cross-Country. Wir könnten uns zwar hin teleportieren. Ach komm, wir machen eh mehr Geld. Dann sparen wir uns aber die Zeit, da hinzufahren. Machen wir einfach nur die Rennen, oder? Und dann können wir nochmal kurz eine klitzekleine Spritztor. Am Ende hoffentlich immer mal gerade die Levante machen. Und los geht's. Jupp, 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 jupp. Dann werden wir natürlich wieder am Baller. Brembo-Bremsen haben wir auf jeden Fall. Bestimmt 1800 drunter. So. Okay. So, jetzt ist es wenigstens nicht mehr... Boah, die Dinger gehen böse ab. Unglaublich. Also, das ist ein Sprintrennen. Eben mochte ich das nicht so, ähm, Steinwurf, weil das ist immer so... Immer so eng alles. Vor allen Dingen, Rundkurs ist... Nie so interessant. Fast nie so interessant wie ein Sprintrennen. Oh, oh, wow. Der Schnee macht uns hier aber ganz schön zu schaffen. Einiges langsamer, als ich erwartet hätte. Hier schön innen bleiben. Einfach ein bisschen kürzen. Die Strecke muss ja abkürzen, eigentlich gesagt. Ja, ans Wasser will ich eigentlich nicht unbedingt. Ja. Okay, wir können uns aber durch die andere Linie jetzt keinen Vorteil wirklich erarbeiten. Einmal hier durch und jetzt durch das kleine Dörfchen hier durch. Oh, hier können wir ganz schön viele Plätze gut machen. Ja, wunderbar. Und hier auf der linken Seite vorbei. Und jetzt kriegen wir sie beide. Hallöchen. Ganz locker da vorbeigefahren. Weitere Sprünge. Oh, wow. Weitere Sprünge. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Okay, die wollen hier noch ein bisschen kämpfen. Das ist noch zwei Drittel haben wir schon geschafft vom Rennen. Ja, das sollten wir aber in der Tasche haben. Gegenlenken. Kriegen wir eigentlich alle drei Belohnungen oder nur die eine Belohnung? Für das Top Level. Wir werden es herausfinden. Degen mal, wir kriegen alle drei. Sonst wäre es ja ein bisschen blöd. Na, der ist mir da ein bisschen schneller unterwegs. Der Paul, Paul. 0-3-4. Ah, komm schon. Weg da, weg da, Schafe. Oh, wir sehen das schöne Horizon Festival. Feuerwerk. Das war gerade ein bisschen schwer, den Satz zusammenzupacken, wie ihr gemerkt habt. Oh, ja, wir sind hier echt nicht so schnell drauf, wie ich erwartet hätte. Komm schon. Aber das schaffen wir alle. Das Ganze fällt jetzt noch zusammen. Hier durch. Und. Hallo. Ganz dreist wieder reinsliden. Da kam der nächste Wagen. Okay. 40 Punkte. Wunderbar. Danke. Danke. Jetzt können wir aber keine Ubranke irgendwo, ne? Ne, genau. Können wir alles überspringen. Und zu guter Letzt wollen wir noch das letzte Rennen machen. Da noch mal auf dem Matarati Levante. Frei. Okay. Das war hier oben. Wo haben wir dich denn? Da. 4600 Kraten ist nochmal dafür ausgeben. Kein Problem. Wir sind hier reich. Und dann. Wunderbar. So. Wieder Snowball aus. Oh, das ist aber weg. Ich weiß nicht mehr. Aber irgendwie sind die Räder ein bisschen kontraproduktiv für so ein Fahrzeug oder für so einen Offroadwagen. So Riesenräder nehmen wir es ein bisschen. Keine Ahnung. Komisch. Ah. Und. Los geht's. Das ist immer so unglaublich wie die. Habe ich da gar nicht das Super-Chacho-Chacho-Mein gehört? Ich habe jetzt. Hat sie sich gerade kurz angehört? Doch, definitiv. Ja. Also wir haben. So wie es sich anhat. Voracht und Kompressor drin. Oh. Schöne Sprünge wieder. Während wir uns hier den Wege durch den Schnee bahnen. Oh. Eis, 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 Eis. Auffassen. Oh. Puh. Sehr viel Momentum dadurch. Und rein in den Tunnel. Um euch allen vorbei. Kein Problem. Oh. 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 Okay. Interessante Landung gewesen. So. Und wieder Paul. Paul. Der ist ein bisschen hartnäckig. Aber das haben wir. Das haben wir in der Tasche. Sag ich zwar nach einer Runde. Aber. Bin mal so dreist. Ja. Die Driver-Tars ist halt nicht so schwer. Und auf unschlagbar will ich es nicht unbedingt versuchen. Weil wenn wir das dann verkacken. Dann müssen wir nochmal alle drei Rennen machen. Hä. Ne. Schon ein bisschen hedern. Und das werden wir ja nicht. Also eigentlich nicht wirklich schwer hier diese Rennen. Und die Sachen zu verdienen. Aber muss ich halt kurz hinsetzen. Die Viertelstunde. Und die drei Rennen machen. Okay. Bum. 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 Und wir haben unseren Maserati-Elevante schon so gut wie. Hier durch. Ich würde mich nicht trauen mit so einem Wagen. Generell mit irgendeinem Wagen auf diesen Eis zu springen. Aber okay. You do you. Zwei Räder-Action. Und wir kriegen hier eine wunderschöne Skill-Chain hin. Die uns sehr viele Punkte geben wird. Oh. Oh. So viel dazu. So viel zu der Skill-Chain. Na egal. Weil es auch nicht so wichtig. Weil wir uns hier trotzdem nochmal eine Schicke auf in der einen Runde. Hier. Durch. Ja. Haben. Standardprozedur hier eigentlich, ne. Gibt es hier nicht viel zu tun. Aber dann kann ich euch einfach mal. Noch weiterhin darüber erzählen. Wenn ihr bei Forza Horizon 4 online dann mitmachen wollt. Sobald es wieder funktioniert. Der Link zum Discord. Zum GCG Discord. Ist unten in der Beschreibung. Da einfach raufjoin. Und auf eine Ankündigung warten. Ich kündige da immer die Forza-Aufnahmen an. Einige Stunden davor. Manchmal einen Tag davor. Und ja. Dann könnt ihr da alle mitmachen. Und bei der nächsten Forza-Folge vielleicht auch schon dabei sein. Der Link dazu ist wie gesagt in der Beschreibung. So. Wir sind im Ziel angekommen. Haben unseren Maserati Levante verdient. Wunderbar. Es geht noch die ganze Saison durch. Für die, die es wissen wollen. Wir haben hier natürlich mit 60 Punkten an. Das haben wir fertig. Und klick. Klick. Und klick. Wunderbar. Einer hat mir letztens geschrieben. Wenn ich klick sage. Sorgt das dafür. Dass die Kamera ein Bild auslöst. Das ist ganz lustig. So. Wheelspin. Und nochmal 20.000 Credits. Wow. Ich habe hier noch ein Zehntel der Investment in diesem Wagen schon draußen. Ja. Ja. Danke. Okay. Dann wollen wir uns mal den Levante nochmal anschauen. Und dann soll es das sein für heute. Ähm. Wo ist unser nächstes Haus? Da haben wir Lake Lodge. Da ist aber wunderbarerweise alles zu, Freunde. Können wir den direkten Weg nehmen, oder? Wo ist das denn überhaupt? Um. Da lang. Ja. Ich fand die richtige Richtung. Oh wow. Hallo. Das da war ein. Shit. Gut zu wissen. Halb im Eis vergraben. Ich fand immer noch richtig, oder? Aber. Eigentlich hatte ich nicht vor, dieses Schild zu kriegen, aber das war ganz praktisch. Und wir haben auch noch einen neuen Rang. Perfekt. 98. Fast glaube ich 100 jetzt. Wheelspin. Den machen wir natürlich. Da lassen wir uns nicht nehmen. Können noch die Bikini-Biker-Chars. Äh. Pink-Biker-Chars. Ich weiß es nicht. Bikini-Biker-Chars. Aber sonst glaube ich nicht. Das wäre jetzt erst gerne. The 28. Wunderbar. Ah. Komm, haben wir noch ein paar Wheelspin. Dann sind wir nachher. Wheels spinnen wir uns runter auf 10 Wheelspins. Kriegen wir was Gescheites. Oh wow. Weck damit. So. Dann machen wir noch einen Wheelspin danach. Wow. Enttäuschend mal wieder. Wie immer. Klassisch diese Wheelspins. Komm. Irgendwas Gescheites. Das ist ja 130.000 nämlich. Danke. Grüße. Und weiter geht's. Einfach Gas geben. Wie krass. Wir sammeln hier so viele Punkte gerade. Weiter durchs Eis. Hier aufpassen. Das wäre nicht. Okay. Wir knallen dann mal durch den Baum. Alles gut. Alles so geplant. Das Eis wollte ich auch noch mitnehmen. Ja. Mhm. Genau. Wunderbar. Hier durch. Den Baum brauchen wir nicht. Und am Haus angekommen. Hier rein geht's. Und wir schauen uns mal den Maserati Levante nochmal kurz an. Okay. Garage. Meine Fahrzeuge. Maserati. Da haben wir ihn. Den Maserati Levante S. 424 PS. 427 Pernfittok. Knapp 50% Gewichts. 50-50 Gewichts. Aufteilung. Dann würde ich mal. Getten wir mal das Innencar. Äh. In das Car. Ich finde nicht wirklich hübsch den Wagen. Aber. Bin sowieso kein Fan von dem Maserati S. Und wenn ich zu sein. Der Refresh to Gran Turismo geht ganz okay. Aber sonst generell. Ja. Nicht so meins. Pink Car. Was haben wir da für schöne Farben? Irgendwas was jetzt nicht winterweiß ist vielleicht. Okay. Wir haben einen Aal an verschiedenen winterweiß. Rot. Ich denke eine dunkle Farbe sieht ganz gut aus. Vielleicht dunkles Blau. Braun. Äh. Äh. Blau sieht ganz gut aus. Das Blau sieht doch ganz gut aus. Oder? Vielleicht noch das dunklere Blau. Hm. Ah. Silber passt zu dem eigentlich auch gut. Hm. Blau. Rot. Und Blau. Wie sieht denn? Ja. Die sehe ich sogar aus. Wir können natürlich auch einen schönen Pink nehmen hier. Nein. Ah. Ja. König sieht. Oh. Ist ja blaus. Hm. Ich hatte da als ich mit dem i30N unterwegs war. Und die Reveal gedreht habe. Also immer jedes Mal mit dem Stück gewinnen sehe ich einige Erlkönige. Das ist man ja als Berliner nicht gewöhnt. Das hätte ich ja gesehen. GLE müsste das gewesen sein. GLE Erlkönig. Und GLE Coupé. Und ähm. Einen. Warte. Können wir hier noch die Geräte schwarz machen? Yes. So. Safe. So. Okay. Und zusätzlich habe ich noch AMG GTR. Was war das denn? Wer ist jetzt AMG GTR Pro? Ne. Ist der neuer. Müsste der gewesen sein. Aber eigentlich komplett ohne Tarnung. Bis auf der Frontsplitter vorne. Der war mit Tarnung. Minimal nur. Aber trotzdem war ganz interessant hier zu sehen. Und die neuen Lichter sehen echt ganz schick aus. Muss ich sagen. Die neuen Lichter vom Refresh. Oder Reft ziemlich schnell. Ich bezweifle irgendwie, dass der so schnell hochreft. Interessant die Nadel, weil sie nicht von der Mitte aus geht. Also sie geht schon von der Mitte aus. Aber sie geht in die Beide Richtung rüber. So. Und hier haben wir den Maserati Levante S uns verdient. Und ja. Wenn ihr den auch haben wollt. Einmal die Bowler. Snowbow Bowler. Challenge machen die drei Rennen. Ist ganz simpel. Wir haben sehr viel Chrom an diesem Wagen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen aus. Also ich sage tschüss zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao. Und denkt dran, wenn ihr bei Vorsitzenden vorbei seid. Und dabei seid ihr bei der nächsten Aufnahme. Einfach mal mit dem Discord-Link folgen. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.